So, wer sitzt da? Ja, du bist. Ja, ja. I..I..I..I can see that. I meant, how did you die? Autopsies aren't this thorough when the cause of death is cut and dry. I don't know. A bunch of pills. Some were sleeping pills. Es war supposed to be peaceful. Ich wusste nicht, dass du ... ... wachst. Was soll ich jetzt tun? Geht dran. Ich werde dir wissen, ob ich es selbst herausfinden werde. Das ist alles ein schlechter Traum. Es muss sein. Oh, da bin ich. God, I look like a criminal. Warum ist der alte Mann so schwer? Herr. Wow. Der ganze Arm sieht aus wie eine Konfession. Eine Konfession von ... ... vieles Sachen. Wir respektieren die Deseeseinigung. Aber nicht vergessen. Jetzt bin ich wieder her. Ich kann bloß nicht wirklich durchlaufen. Also gut. Hinten scheint es nichts mehr zu geben. Zumindest nicht, was ich wüsste, was ich erkennen könnte. Hier war ich unsichtig noch nicht. Ah. Each one of these keys ... ... is a felony. Each one. You get that right? No? Alright, it's your funeral. Bexter. Who? I don't know. She just called him bastard. Baxter. Alright. His office was on the second floor. You stick with me, I'll get you there. Let's go. Go where? They're watching. Not for long. So. Ich war hier noch nicht drin. Das will ich noch mitnehmen. Claire Anna Nelson. Female 20 years old student. So. Wahrscheinlich auch hier Ablenkung. Hm. Kameras sehe ich jetzt hier keine. Ah ja. Musste erst mal mit der reden. Follow my lead. I'll get you past these cops and to the door on the other side. He's okay. Yeah. Last time you got caught, Magellan. Stay low or they'll see you. Come on. You guys mess with this. Stay low. Come on. What do you guys mess with this? Das kann ich da. Okay, ich komme da nicht hoch. Ich habe nichts gemacht. Danke. Ich habe das. Einfach mal warten, ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, du hast es tolerable. Ich glaube, wir müssen jetzt zusammen sein. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, mir geht es nicht. I used to go visit Rex down at the station, but it's been years, so when I went with Ronan today, it was like seeing the place in a whole new light. I was struck by a room they've got dedicated to the Bellkiller case. Everything they know, or even guests might be related in, it's in that room. The strange energy of the people coming in and out of that room. You'd think there was some religious observance going on in there. I've never seen anything like it. Okay, so, I'm going to go to the station. I've got some homicide stuff. I thought Salem PD would be a safe job. No sector. Collect. Suspect is made, likely without immediate family, able to move about in the city 3D, only spotted a handful of times near the crimes. Big day! I never thought this would happen. Between Ronan actually going through with this and Rex pulling off the paperwork and managing Ronan's past, so much could go wrong, but it happened. And my man has a badge now. Looks good on him, and he loves it. I think his swagger just got even bigger. God, I love a guy in uniform. I always knew there had been trouble, but I didn't know his official arrest record was that extensive. Much worse than I thought. Felony after felony, going back to childhood. It's like his life already is ruined. How can I join my life with this? It was quite a trick, Rex pulled, advancing Ronan to a detective without making him spend much time as a beat cop. He convinced the captain and the commissioner that Ronan's sweet smarts would make him most effective ever as a plainclothes cop. Ronan was very relieved. Two more. Heading me and Ablenkungen. I'll be on to some point. Ah. Map of killings. We are exploring the possibility of a connection between the deaths listed on the map. So, wie krieg ich jetzt das Mädchen hier rüber? So, wie lenke ich euch ab, hier mit der Kaffeemaschine, oder? Und du? So, wie bist du jetzt? So, wie bist du? 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 Ein Geist, ein Geist. Der Träger. Der Träger warst, in einem Spiderweb von Kratz, und ich bin weg. Der Kappen mir nicht glaubte. Ich habe meine nächste Paycheck geklebt, um die Kratz zu verbreiten. Ich bin nicht interessiert, ob die Leute denken, dass ich verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Die Leute manchmal fragen mich, ob jemand anderes gesehen hat, oder ob der Spectre noch die Halle riecht. Ich sage ihnen das gleiche. Ich weiß nicht. Ich habe mich in Boston geflogen. Vielen Dank.